Ich bin Heike Schaumburg, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in Berlin an der Humboldt-Universität am Institut für Erziehungswissenschaften, bin auch an der Humboldt-Universität stellvertretende Direktorin der dortigen PSE, Professional School of Education. Das ist sozusagen eine virtuelle Plattform innerhalb der HU, die die ganzen Bereiche, die mit Lehrerbildung was zu tun haben, bündelt. Und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Einsatz digitaler Medien in der Schule. Vor allen Dingen habe ich Studien gemacht zu Laptop-Klassen und mobilen Computern. Und die letzte Studie, an der ich beteiligt war, das war die Studie ICILS. Das war eine international vergleichende Studie. Die Ergebnisse, also die ersten Ergebnisse sind letztes Jahr im November veröffentlicht worden. Das ist auch in den Medien eigentlich breit darüber berichtet worden. Das ist so eine Art PISA für Computerkompetenzen von Schülern gewesen. Genau, und da erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu. Ja, ICILS, wofür steht das überhaupt? Entschuldigung. International Computer and Information Literacy Study. Es haben 18 Länder daran teilgenommen und drei Regionen. Also das waren zwei Provinzen in Kanada und die Provinz Buenos Aires. Und wie man hier sieht, also Europa ziemlich gut vertreten und ansonsten eben weltweit so ein bisschen versprengt. Einige Länder, OECD-Länder, nicht OECD-Länder. Also nicht ganz so breit wie PISA, aber dennoch, denke ich, eine sehr breite Repräsentanz von Ländern. Es waren Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8, die dort untersucht worden sind. Und vor allen Dingen ging es um die Computerinformationskompetenz dieser Schüler. Das Besondere an der Studie war, dass, also bis dato sind eigentlich solche Kompetenzen immer mit so Papier- und Bleistift-Tests erhoben worden. Also ganz normale Wissenstests. Und für diese Studie ist erstmalig quasi ein Szenario basierter Test entwickelt worden. Das war also ein computerbasierter Test, wo die Schüler wirklich am Computer bestimmte Aufgaben ausführen mussten. Also Informationen recherchieren, dann in ein anderes Format übersetzen, visualisieren und so weiter. Sehr aufwendig. Und es ist aber eben nicht nur dieser Test durchgeführt worden, sondern die Schülerinnen und Schüler, ihre Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleitungen und die Koordinatoren sind dazu noch intensiv befragt worden zu den unterschiedlichsten Aspekten. Und wie man hier schon sieht, das würde jetzt also den Tag füllen, die ganzen Aspekte dieser Studie vorzustellen. Ich möchte mich heute hier auf diese mittlere Ebene beschränken, nämlich die Schul- und Klassenebene. Und da eben nochmal ein paar Ergebnisse gegenüberstellen. Deutschland, den internationalen Mittelwert und einige ausgewählte Länder, wie haben die eigentlich bezüglich der Nutzung von Computern in der Schule im Vergleich abgeschnitten. So, aber trotzdem nochmal zur Erinnerung sozusagen. Wie haben eigentlich die Schüler bezüglich dieses zentralen Dings der Computerkompetenz abgeschlossen? Also Deutschland war so ziemlich genau in der Mitte, im europäischen Mittelwert vielleicht. Also worauf man mal gucken kann, das sind hier diese Symbolchen. Also die ganzen Quadrate, das sind die Länder, die sozusagen in der Gruppe liegt Deutschland, die haben ungefähr vergleichbare Werte wie Deutschland. Die mit dem Dreieck, was nach oben zeigt, sind Länder, die signifikant besser als Deutschland abgeschnitten haben. Und mit dem Dreieck, das nach unten zeigt, sind Länder, die signifikant schlechter abgeschnitten haben. So, ich will wie gesagt jetzt gar nicht so genau auf diese Ergebnisse eingehen. Ja, also die Rezeption war so ein bisschen, also Erleichterung, dass Deutschland nicht ganz am Ende war, aber auch so ein bisschen Enttäuschung, dass Deutschland da nicht besser aussieht in diesem Vergleich. Wenn man sich jetzt mal einen anderen Aspekt dieser Studie anguckt, nämlich wie häufig werden eigentlich Computer in der Schule genutzt, dann sieht das noch etwas trauriger aus, nämlich die rote Laterne für Deutschland sitzt hier ganz unten. Also die deutschen Lehrer nutzen sehr, sehr weit unterdurchschnittlich Computer in der Schule. Das ist ein Ergebnis, was nicht nur in dieser Studie jetzt aktuell wieder rausgekommen ist, sondern eigentlich, also wenn man sich damit beschäftigt, wissen wir das schon seit vielen Jahren und auch ganz offensichtlich haben die vielen Initiativen, die bisher in Deutschland durchgeführt worden sind, um neue Medien in die Schulen zu bringen oder digitale Medien in die Schulen zu bringen, nicht so richtig gefruchtet. Im Vergleich zu dem, was andere Länder gemacht haben. Ich will jetzt im Weiteren die deutschen Ergebnisse, also vor allen Dingen möchte ich jetzt mal mich so auf die Frage konzentrieren, warum ist das eigentlich so? Was machen andere Länder anders, wo digitale Medien häufiger genutzt werden? Und dafür will ich dann im folgenden zwei Länder nochmal kontrastieren mit Deutschland, und zwar einmal Australien, was eine sehr hohe Nutzung hat und was bei der Computerkompetenz oder Informations- und Computerkompetenz auf Platz 3 sozusagen gelandet ist, und Dänemark, das war auf Platz 4. Also diese Frage, warum nutzen Lehrerinnen und Lehrer Computer in der Schule? Das ist eine Frage, die beschäftigt die Forschung schon eine ganze Weile, und ein Modell, was das meiner Meinung nach ganz schön bündig zusammenfasst, ist das sogenannte Will-Skill-Tool-Modell von Knessik und anderen. Und die sagen, das sind eigentlich, wenn man mal so die ganzen Untersuchungen, die dazu gemacht worden sind, zusammenfasst, immer wieder drei Faktoren, die das beeinflussen. Das erste ist der Wille, also die Einstellung verbirgt sich da eigentlich, vor allen Dingen dahinter, also Lehrer, die eine positive Einstellung zum Mehrwert digitaler Medien im Unterricht haben, die nutzen das auch häufiger, also liegt ja auch auf der Hand. Die zweite Facette ist die Skill, also die Kompetenz. Lehrer, die medienkompetent sind, nutzen neue Medien häufiger als Lehrer, die weniger medienkompetent sind. Und das dritte, darauf zielen ja dann oft auch die bildungspolitischen Initiativen und Ausstattungsinitiativen, das ist also die Tool-Komponente, die technischen Rahmenbedingungen müssen natürlich auch stimmen, wenn ich keine Computer in der Schule vorfinde, dann ist das natürlich auch schwierig, die einzusetzen. So, gucken wir uns jetzt nochmal die Ergebnisse von ICILS unter der Perspektive dieser drei Aspekte an. Erstmal die Will-Komponente, also wollen eigentlich Lehrerinnen und Lehrer digitale Medien einsetzen. Wenn man sich die Grafik hier anguckt, sieht das erstmal gar nicht so schlecht aus, also die überwiegende Mehrheit oder zumindest die Hälfte der Lehrer hat durchaus positive Einstellungen zu Computern, also sie denken, dass bessere Informationsquellen im Unterricht zugänglich gemacht werden, das denkt sogar die große Mehrheit, dass man digitale Medien einsetzen kann, um Lerninhalte wirksamer zu vertiefen, um kooperatives Lernen zu fördern, individualisiertes Lernen zu fördern und natürlich auch die Lernmotivation und das Lerninteresse. Aber wenn wir jetzt das nochmal vergleichen mit den anderen europäischen, also internationalen Ländern und auch den beiden Ländern Dänemark und Australien, dann sehen wir, dass Deutschland eben zwar positive Einstellungen zeigt, die deutschen Lehrer, aber ihre Kollegen, sowohl der internationale Mittelwert als auch meine beiden Referenzlehrer eben doch nochmal deutlich darüber liegen, was die positiven Einstellungen angeht. Und sehr schön sieht man das auch nochmal, wenn man sich sozusagen das Gegenstück anguckt, die Bedenken, die Lehrer haben. Danach sind die nämlich auch gefragt worden, also denken Sie, es ist schwierig, digitale Medien einzusetzen, aufgrund organisatorischer Probleme, in der Mitte steht, das weiß ich jetzt nicht, also das letzte ist eben Animierung zum Kopieren aus dem Internet und achso, in der Mitte steht Ablenkung drunter, das wird jetzt hier gerade nicht angezeigt. Also das ist die Schüler vom Lernen, vom Unterricht ablenkt, digitale Medien einzusetzen. Und da sehen wir eben auch, Deutschland, das ist auch wirklich auffällig, dass es kaum ein Land gibt, sozusagen, wo so viele, relativ viele Bedenkenträger da sind, wie in Deutschland. Also soviel erstmal zur Will-Komponente. Dann Skill. Können Lehrerinnen und Lehrer digitale Medien einsetzen? Hier sieht eigentlich das Bild auch ganz positiv aus, also die selbsteingeschätzten Kompetenzen sind das hier, also die Lehrer, ob sie glauben, dass sie das können, aber man muss ja erstmal denken, man kann es, damit man irgendwie sich überhaupt dran wagt, also insofern ist ja eigentlich schon mal gut, wenn die Lehrer glauben, sie könnten das. Die ersten drei Blöcke, die beziehen sich auf Sachen, die man braucht, um eigentlich privat mit digitalen Medien zu arbeiten, beziehungsweise seinen Unterricht vorzubereiten. Also ich habe jetzt hier mal rausgezogen, Textverarbeitung, Präsentationsprogramme und eben Informationen recherchieren oder Materialien recherchieren für die Unterrichtsvorbereitung. Ja, und man sieht, da sind die deutschen Lehrer sogar im Vergleich zum internationalen Durchschnitt überdurchschnittlich und vergleichbar eigentlich mit den beiden Referenzländern. Und auffällig ist aber wieder hier ein Bereich, der wirklich rausfällt, also auch wenn man sich sozusagen, ich habe hier immer nur einzelne Sachen, weil das uns zu viel geworden wäre, rausgenommen. Aber so diese letzte Frage hier, das ist wirklich die, die über alle Dinger ganz doll rausfällt, dass eben, wenn es um die Frage geht, das auch wirklich im Unterricht einzusetzen, also traue ich mir das zu, den Unterricht so zu planen, dass ich digitale Medien sinnvoll da einbinde, da sind sie dann doch wieder, die deutschen Lehrer, deutlich unterhalb der Referenzländer, wobei wir eben sehen, international betrachtet gibt es eine Reihe Länder, die offensichtlich genau dieses Problem haben, dass die Lehrer der Meinung sind, die Kompetenzen fehlenden. Und letzter Aspekt, Tool. Wie sieht es aus mit den Rahmenbedingungen? Dieser erste Blocksäulen, der stellt da das Computer, also das Schüler-Computer-Verhältnis, also wie viele Schüler teilen sich einen Computer. In Deutschland sind das 11,5, das ist eine Zahl, die ist schon, glaube ich, seit 10 Jahren jetzt relativ konstant. Also man hat irgendwann, als diese Computer-Initiativen alle liefen in den 90er Jahren, in den frühen 2000er Jahren, da ging die Ausstattungsdichte ganz, ganz rapide bergauf, aber seit einer ganzen Weile stagniert das jetzt eigentlich so bei diesem Wert um die 11, 10, 11. Das ist besser als der internationale Durchschnitt, da teilen sich nämlich 18 Schüler einen Computer, aber deutlich schlechter als in Australien und Dänemark, wo sich eben zwei beziehungsweise vier Schüler einen Computer teilen. Und dass das mit der Ausstattung in Deutschland eben, obwohl es, naja, so ein reiches und hochtechnologisiertes Land ist, nicht so toll aussieht, das sieht man auch an den Präsentationsprogrammen, Textverarbeitung und so weiter. Da ist Deutschland genauso gut oder besser ausgestattet als viele andere Länder. Aber alle Anwendungen, die so ein bisschen, ich würde sagen, was die jetzt hier verbindet, die drei, also Lernmanagementsysteme, Kommunikationsprogramme und E-Mail-Adressen für Schüler, das ist, dass das Technologien sind, die darauf abzielen, dass man nicht nur in der Schule vor Ort mit dem Computer arbeitet, sondern das eigentlich so über den Rahmen des Klassenraums hinaus auch nutzt. Und das ist ganz offensichtlich in Deutschland eben noch nicht so angekommen. Und das sieht man auch nochmal ganz schön, wenn man sich die, sozusagen die Ausstattungskonzepte anguckt. Wir sehen nämlich hier, also alle Schulen, die teilgenommen haben in Deutschland an der Schule, waren mit einem Computerraum ausgestattet, das ist die mittlere Säule da, 100 Prozent. Die 43 Prozent, das sind mobile Klassenzimmer, also Laptopwagen, solche Sachen, dass man also Computer in den Unterricht bringen kann, aber schulische Computer eben. Was es in Deutschland, aber auch in den Referenzländern gar nicht mehr so häufig gibt, ist, dass die Computer direkt in den Klassenräumen vorhanden sind. Und interessant ist eben die letzte Säule, das ist, genau, die sind leider ein bisschen verschoben jetzt hier, das sind Bring-Your-Own-Device-Programme, also sprich, die Schüler bringen ihre eigenen Geräte in den Unterricht mit. Und das haben wir halt in Deutschland nur in 18 Prozent der befragten Schulen. Und in Dänemark und Australien ist genau dieses Konzept eben schon viel, viel verbreiteter. Und eigentlich geht der Trend, würde ich sagen, auch ein bisschen dahin. Das hat mit den Laptop-Klassen angefangen vor 10, 15 Jahren. Und das breitet sich aus. So, mein Fazit. Also wie sieht es aus? Eigentlich muss man konstatieren, gibt es bei allen drei Faktoren noch Hürden in Deutschland. Grundsätzlich, das ist ja erstmal erfreulich, sind Lehrerinnen und Lehrer positiv eingestellt gegenüber digitalen Medien in der Schule. Aber im Vergleich zu anderen Ländern ist das doch noch unterdurchschnittlich. Genauso ist es mit der Skill. Also grundsätzlich verfügen Lehrerinnen und Lehrer schon über digitale Kompetenzen im Alltagsgebrauch, auch durchaus überdurchschnittlich. Aber was jetzt speziell den Unterrichtsbereich angeht, eben dann doch wieder unterdurchschnittlich. Und bei der Ausstattung ist eben mein Fazit, die ist im internationalen Vergleich zwar überdurchschnittlich, aber die Länder, an denen wir uns orientieren, im Vergleich zu denen eben doch unterdurchschnittlich. Gerade auch, denke ich, wenn man sich nochmal differenzierter angucken würde, auch welches Alter haben die Geräte, die in der Schule vorhanden sind, welche Software ist darauf installiert und so weiter. Und ich denke, dieses Ausstattungskonzept Computerraum, das sollte man dringend in Deutschland mal in Frage stellen, zumal sich also schon wirklich seit mindestens 15 bis 20 Jahren immer wieder zeigt, dass in dem Computerräume für Lehrer nochmal so eine zugänglich zusätzliche Hürde darstellen, weil man muss dann irgendwie sich den Raum reservieren und den Schlüssel besorgen und sich damit vertraut machen, wie man das eigentlich überhaupt alles da anwirft und sich einloggt und so weiter. Also das zeigen eigentlich zahlreiche Studien, dass Computerräume, selbst wenn Ausstattungen gleich gut sind, was die Anzahl von Computern angeht, sobald die in Computerräumen stehen, werden die nicht so häufig genutzt, wie wenn die Lehrer die halt ständig zur Verfügung haben. So, deswegen würde ich sagen, was müssen wir machen? Also Hürden ab und Sprungfedern anbauen. Wenn digitale Medien ein selbstverständlicher Teil des Unterrichts werden sollen, dann müsste man sie eben besser zugänglich, besser verfügbar machen. Dazu Werkzeuge aus meiner Sicht wären eben Bring-Your-Own-Device-Konzepte und auch vielleicht stärker auf Kommunikationswerkzeuge als Software zu setzen. Es ist sicherlich notwendig, das zeigen andere Aspekte der Studie, auf die ich jetzt nicht eingehen konnte, dass sich Lehrer darauf verlassen können, dass die Technik auch funktioniert. Also das ist wirklich in allen Projekten, die ich evaluiert habe, immer so die erste Hürde gewesen und wenn eine Schule da schon nicht drüber kommt, dann verlieren die schon gleich wieder die Hälfte, die eigentlich Lust gehabt hätten, da mitzumachen. Also man braucht einen technischen Support und man braucht eigentlich auch eine pädagogische Unterstützung. Die Lehrer, das wird immer wieder beklagt, brauchen eben Zeit und Ressourcen, um sich natürlich dann auch mit diesen Medien auseinanderzusetzen und das vernünftig sich zu überlegen und zu planen und sozusagen aus eigener Betroffenheit kann ich sagen, auch in der Lehrerbildung sind digitale Medien bisher nicht in dem Maß und mit der Selbstverständlichkeit vertreten, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, um das einfach selbstverständlicher für Lehrer zu machen, dass das eben auch Teil ihrer Werkzeuge ist, die sie im Unterricht zur Verfügung haben. Ja, vielen Dank und wenn wir noch Zeit haben... Vielen Dank. Vielen Dank.